Luigi will nicht mitspielen und ist beleidigt, gewinnt aber trotzdem? Für unseren grünen Freund läuft es ziemlich gut, aber Bowser hat einen fiesen Plan. Was wird wohl passieren? Unsere heutige Geschichte von Super Mario Odyssey beginnt damit, dass Mario zusammen mit Prinzessin Peach, Yoshi und Luigi Spiele spielen möchte. Hey Luigi, möchtest du mit uns ein paar Spiele spielen? Hm, nö. Hä, warum denn nicht? Ich hab keine Lust. Ach komm, du spielst doch sonst immer mit. Ich will aber nicht. Ja, aber Prinzessin Peach und Yoshi spielen doch auch mit. Ich will aber nicht. Sag mal Luigi, ist irgendwas passiert? Nein, lass mich jetzt. Bist du irgendwie sauer oder beleidigt? Mario, jetzt lass mich in Ruhe, ich will nicht mitspielen. Weißt du was Luigi, ein bisschen spielen tut dir gut. Wir zwingen dich jetzt einfach. Los geht's. Och Menno, ich will aber nicht. Ich bleib einfach stehen, ich mach gar nichts. Okay, dann wirst du aber verlieren, ich sag's dir. Wow, Vorsicht. Oh nein, Achtung Yoshi. Wow, wow, wow. Haha, Yoshi ist schon weg. Oh nein, oh nein. Luigi, du bist ja immer noch da. Beweg dich doch mal. Wow, wow, oh nein. Haha, ich hab gewonnen. Ohne irgendetwas zu machen. Na warte Luigi, im nächsten Spiel wirst du aber nicht gewinnen. Achtung, Achtung Mario, Achtung Yoshi. Oh, das wird gefährlich. Yoshi. Oh ja, Prinzessin Peach. Mensch Luigi, jetzt mach doch mal was. Luigi bleibt einfach nur stehen. Wow. Yoshi. Schon wieder gewonnen? Gewonnen. Ohne irgendetwas zu machen? Na gut, nächstes Spiel. Okay, diesmal springen wir. Da wirst du gezwungen, etwas zu machen, sonst fällst du in die Tiefe. Ja, ja, ja. Ich will aber nicht mitspielen. Ich bleibe einfach auf der Stelle und gucke euch zu. Okay. Vorsicht, Vorsicht. Wir müssen uns gegenseitig umhauen. Aber Achtung, die Blöcke fallen herunter. Nicht, dass wir auch herunterfallen. Luigi. Du fe... Hä? Ja, juhu. Ich hab wieder gewonnen. So leicht, das ist doch prima. Na, Luigi, jetzt spiel doch richtig. Ach, du bist doch nur sauer, weil ich ständig gewinne. Nein, aber du sollst richtig spielen. Mensch Mario, aber vielleicht hat Luigi einfach keine Lust mitzumachen. Nein, wir spielen jetzt weiter. Los. Haha, dieses Spiel wirst du nicht gewinnen, Luigi. Denn du musst dich wirklich fortbewegen. Ja, und ihr könnt doch gewinnen. Ich will gar nicht gewinnen, weil ich gar nicht mitspielen möchte. Ich bleibe einfach stehen und schaue zu. Hallo, Luigi, jetzt komm schon. Wenigstens ein kleines bisschen mitspielen kannst du. Ich will aber nicht. Ach, Mario. Warum verstehst du das denn nicht? Dann spielen wir eben zu dritt. Nein, eine Mario Party macht nur zu viert Sinn. Und nur zu viert macht es auch richtig Spaß. Hm, ich werde einfach nichts tun. Danke fürs Rumschubsen. Okay, wollen wir doch mal sehen. Bestimmt habe ich die größte Piranha-Pflanze und... Hä, was? Luigi, du hast schon wieder gewonnen? Yay. Einfach durch nichts tun gewonnen. Na gut, aber diesmal. Diesmal haue ich dich weg, Luigi. Hm, ich glaube eher nicht. Ich will eh nicht mitspielen. Ich bleibe einfach stehen und gucke zu. Oh nein, oh nein, oh nein. Wow. Hä? Ich habe ja schon wieder gewonnen. Yippie. Haha. Ich bin der Beste. Mir reicht es jetzt langsam, Luigi. Wir spielen jetzt alle gegen dich. Los geht's. Macht doch, was ihr wollt. Ich bleibe einfach in der Mitte stehen und werde trotzdem gewinnen. Ja, ja, glaub's auch nur du. Wir sind zu dritt. Wir müssen einfach nur zehn Bälle reinschießen. Aber Prinzessin Peach, Yoshi strengt euch wenigstens ein kleines bisschen an, okay? Äh, ja, tut mir leid, Mario. Wir schaffen das schon. Ha, hoppala. Hm, das ging daneben. Yoshi, Yoshi! Oh Mann, kommt schon. Wir müssen gegen Luigi doch gewinnen können. Schaut mal, Luigi steht nur rum. Es kann doch nicht sein, dass er schon wieder gewinnt. Oh nein. Haha. Ich sag's doch. Ich gewinne egal, was passiert. Juhu. Okay, Luigi. Nur du gegen mich. Im Hochgeschwindigkeitstunnel. Da kannst du nicht gewinnen. Denk doch, was du willst, Mario. Ich bewege mich nicht von der Stelle. Ich fahre nur geradeaus. Spiel doch wenigstens jetzt im Tunnel mal gegen mich richtig. Nein, weil ich keine Lust habe. Ja, und warum hast du keine Lust? Bist du beleidigt? Sag schon, was ist los, Luigi? Wir haben doch das letzte Mal zusammen Verstecken gespielt, richtig? Äh, ja, das war doch total lustig, oder? Ja, schon. Aber ich habe verloren. Und das ist unfair. Aber, Luigi, so ist das eben. Mal gewinnt man, mal verliert man. Ja, und deswegen mache ich jetzt nichts. Und wie du sehen kannst, gewinne ich trotzdem. Oh, Luigi, aber dann... Na gut, na gut. Ich kriege dich schon. Ich kriege dich schon. Ich beweise dir, dass du... Was? Nicht gewinnen kannst? Nicht schon wieder. Oh, ich bin schon völlig erschöpft. Völlig erschöpft? Hä, das trifft sich gut. Das ist meine Chance, Mario, Yoshi, Luigi und Peach zu entführen. Ihr Holzköpfe bleibt aber hier, okay? Ja, na gut. Ach, langsam nervt ihr mich. Egal, was soll's. Also, Zeit, die anderen zu entführen. Hö, 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 hö. Hö, hö, hö. Hä? Mario, wo sind wir hier? Oh, Prinzessin Peach, ich weiß es auch nicht. Yoshi, Yoshi. Luigi, sei vorsichtig. Nein, ich spiele nicht mit. Ich gucke zu. Oh, Luigi, das ist kein Spiel mehr. Bowser ist hier und möchte uns gefangen nehmen. Er hat schon Yoshi. Schnell, beweg dich. Du musst noch weg. Nein, ich spiele nicht mit. Ja, juhu. Ich hab's wieder geschafft. Oh, Luigi. Hä, 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 hä. Äh, was? Moment mal. Hey, Mario, Peach, Yoshi. Oh nein, das war wirklich kein Spiel. Oh, das alles nur, weil ich so beleidigt war. Ich muss meine Freunde unbedingt retten. Aber schaffe ich das überhaupt? Ich bin noch gar nicht so stark. Oh, oh, oh. Nein, ich darf nicht aufgeben. Ich kann das schaffen. Ich glaube ganz fest an mich. Freunde, ich komme. Rosalina, Rosalina. Ich brauche unbedingt deine Hilfe. Bitte, schnell. Hey, Luigi, was ist los? Ah, du möchtest zum Zentrum des Universums? Dann lass uns gehen. Du willst Bowser stoppen. Okay. Bei der Macht der Sterne. Schicke Luigi in das Zentrum des Universums. Wir werden gemeinsam Bowser stoppen. und Mario, Yoshi sowie Prinzessin Peach retten. Okay. Halt dich gut fest, Luigi. Wir fliegen los. Dankeschön, Rosalina. Gemeinsam sind wir stark. Wir werden das schaffen. Oh, Achtung. Das sind ganz viele Kriegsschiffe von Bowser. Kein Problem für unseren Super-Sternengleiter. Okay, Luigi. Über das Schloss gelangst du an einen fremden Ort. Sie sind dort. Beeil dich. Das werde ich. Ich mache mich gleich auf den Weg. Danke, Rosalina. Deine Unterstützung war wirklich Gold wert. Freunde, ich bin gleich bei euch. Bleibt stark. Ich rette euch. Okay, dann wollen wir doch mal sehen. Wie komme ich hier am besten zu Bowser? Der muss sich irgendwo da hinten bei diesem roten Kern befinden. Das wird kein einfacher Weg sein. Doch ich weiß ganz genau, dass ich das schaffen kann. Ich darf nur niemals aufgeben. Und ein extra Pilz nehme ich ebenfalls mit. Achtung. Feuerwalzen. Uiuiui. Das ging gerade noch mal gut. Und ein Knochen trocken. Schnell zum nächsten Lichtkegel. Mithilfe des Lichtkegels kann ich mich der Mauer entlang nach oben bewegen. Und das gleiche machen wir an dieser Stelle. Oh, eine extra Münze. Die nehme ich gerne mit. So, und jetzt springe ich einmal da rüber. Und... Wow, wir sind auf einem kleinen Lava-Planeten. Sollte vorsichtig sein, damit mich auch nichts erwischt. Oh, oh. Kleine Feuermeteoriten. Schnell ausweichen. Und dann geht's da vorne auch schon gleich weiter zum Eisplaneten. Mario. Prinzessin Peach. Yoshi. Ich komme. Wow. Schön festhalten. Und weiter geht der Spaß. Achtung. Ai, 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 ai. Hier geht wirklich die Post ab. Das ist gar nicht so einfach, weil der Boden so rutschig ist. Und hepp. Wieder eins weitergekommen. Dann gehen wir hier die Stufen nach oben. Und durch den nächsten Lichtkegel. Nun sind wir in der Wüste angelangt. Ein falscher Tritt. Und ich lande im Treibsand. Das ist viel zu gefährlich. Aber für meine Freunde tue ich alles. Vor allem aber auch für meinen Bruder Mario. So. Und hier rüber. Das läuft doch wie am Schnürchen. Und der nächste Abschnitt wartet auf uns. Schritt für Schritt. Und hepp. Und hepp. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Überall Feuerwalzen. Ich muss vorsichtig sein. Nicht, dass sie mich erwischen. Ui, ui. Ui, 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 ui. Oh, nein, 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 nein. Ich muss hier weg. Autsch. Au, mein Popo brennt. Autsch. Ui, ui. Okay, okay, okay. Und wir sind gleich da. Wir sind gleich bei Bowser. Nur noch wenige Schritte. Doch vorne sind Kugelwillis. Ui, die verfolgen mich ja regelrecht. Kein falscher Schritt. Nicht, dass ich noch in der Lava lande. Von Plattform zu Plattform geht's weiter. Und rüber. Achtung, Achtung. Jetzt kommen die großen Kugelwillis. Ui, nein, 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 nein. Ui, das war wirklich knapp. Und auf der rechten Seite können wir auf die grüne Plattform springen. Super. Und da vorne kommt wieder ein riesiger Kugelwilli. Kugelwilli. Ui, ui, okay, okay. Wir haben es fast geschafft. Nein, Autsch. Ui, lass mich in Ruhe. Ich muss weiter und weiter und weiter. Mario, Yoshi und Prinzessin Peach zählen auf mich. Und huu. Ui, da vorne. Da vorne ist Bowser. Und Bowser Junior? Nahahahaha. Wo suchst du denn? Prinzessin Peach ist hier drüben. Luigi. Mario und Yoshi sind auch hier. Beeil dich. Ja, das werde ich. Macht euch keine Sorgen. Ich bin gleich bei euch. Oh, Bowser. Du bist so hinterhältig. Wie kannst du uns beim Spielen einfach stören? Nur weil wir außer Puste und geschwächt waren. Na, warte. Ich bin der Einzige, der noch einigermaßen Kraft hat. Weil ich nicht wirklich mitgespielt habe. Ich stand ja nur rum beim Spielen. Ich habe zwar gewonnen, aber dafür gibt es jetzt das Problem mit Bowser. Lass sie endlich frei, Bowser. Sie haben dir nichts getan. Oh, Luigi. Die Zeit ist gekommen. Ui, ha, ha, ha. Na, komm schon her. Oh nein, oh nein, oh nein. Was macht er da bloß? Was macht er da bloß? Bowser, lass mich in Ruhe. Überall die Schallwelt. Oh, was ist das denn? Er ist in einem Stein eingewickelt. Aber nimm das hier. Oh, Luigi. Mir reicht's. Diesmal treffe ich dich entweder mit meinen Schallwellen oder mit meiner Steinkugel. Uu, ha, ha, ha. Nicht schon wieder. Uu, ha, ha. Uu, ha, ha. Ja, so leicht kommst du mir nicht davon. Oh, Klebekugeln. Nimm das hier. Sehr schön. Und... Da bist du ja. Ein sehr, sehr guter Treffer. Und das wiederhol mir gleich, mein Freund. Sehr schön. Wo kommt er? Da, da ist er ja. Oh, Treffer. Oh, gleich noch einmal. Oh, ah. Da bin ich überrollt. Jetzt. Haha. Ah, Luigi. Langsam reicht's mir aber. Diesmal wirst du mich nicht stampen. Denn wir befinden uns im Kern des Feuerplaneten. Hier hast du keine Chance, mich zu besiegen. Ah, das sieht gefährlich aus. Vorsicht. Oh, 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 oh. Oh. Ah, ich brenne. Mein Schweif brennt. Ah, au. Okay, gleich noch einmal. Ah, ihn zu treffen ist alles andere als einfach. Stehen geblieben, Bowser. Langsam reicht's aber. Ah, glaub nicht, dass du jetzt schon gewonnen hast. Jetzt geht's erst so richtig los. Den Feuerbällen kannst du nicht ausweichen. Spüre meine mächtigen Stampfattacken. Und jetzt geht's los. Wow. Das war echt knapp. Ah, nicht noch einmal. Autsch. Haha. Siehst du, du kannst nicht gewinnen. Gib auf. Nein, 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 nein. Niemals werde ich aufgeben. Lass meine Freunde frei. Und lass auch meinen Bruder frei. Sehr gut. Ah, nicht schon wieder. Ah, ich brauch Wasser schnell. Wasser wirst du hier nicht finden. Aber dafür kriegst du von mir einen Klaps. Ah, nein. Lass das, Luigi. Bitte nicht, bitte nicht. Ah, nein. Ah, nein. Nein, das kann nicht sein. Siehst du, Bowser? Niemand kann uns stoppen. Wir sind die Mario Brothers und Mario Friends. Und da ist unser Stern. Der, der Powerstern. Wow. Der sieht ja klasse aus. So, so transparent. Naja. Powerstern ist Powerstern. Nicht wahr? Schnappen wir uns den Powerstern und verschwinden wir von hier. Aber nicht ohne unsere Freunde zu retten. Yay, wir haben es geschafft. Und eins und zwei und drei. Großer Stern. Prinzessin Peach, Mario, Yoshi. Ich komme. Hä? Da ist Peach. Schnell. Los geht's, Powerstern. Hab ich dich. Oh, Luigi. Wo sind Mario und Yoshi? Die müssten ja auch gerade in der Luft sein. Ach ja? Okay. Dann suchen wir sie. Aber sei vorsichtig. Oh. Okay. Hm. Schau mal da vorne. Oh nein. Der riesige Planet von Bowser. Er scheint zu explodieren. Das sieht ganz und gar nicht gut aus. Und da oben. Da oben ist Bowser. Oh ja. Tatsächlich. Da drüben. Mir. Mir wird's langsam echt zu bunt mit euch. Immer gewinnt ihr. Immer. Und immer wieder. Ich glaube, ich brauche eine Pause. Okay, ich gebe es ja zu. War nicht gerade fair von mir. Ja, euch beim Spielen zu stören. Eigentlich wollte ich einfach nur mitspielen. Doch mein Königstern. Mein Kosmos. Er schrumpft. Oh. 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 Hier explodiert alles. Wow. Und es hat sich ein schwarzes Loch gebildet. Oh. Oh nein. Wo sind Mario und Yoshi? Oh nein. Oh nein. Luigi. Luigi. Wir müssen uns festhalten. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das, was da gerade passiert, sieht überhaupt nicht gut aus. Wie wollen wir diese schwarze Loch überhaupt stoppen können? Hä? Ein Luma. Ein Luma. Hey. Was ist los? Nein. Moment. Nein. Das ist viel zu gefährlich, ihr lieben Lumas. Bleibt hier. Stopp. Oh nein. Was passiert hier bloß? Prinzessin Piet. Wo bist du? Mario. Yoshi. Wo seid ihr, Freunde? Was für eine gewaltige Kraft. Aber sie kann gebändigt werden. Wo. Was. Was. Was ist passiert? Aha. Mario. Prinzessin Piet. Icci. Yoshi. Seid ihr hier? Freunde. Wo seid ihr? Es scheint alles wieder gut zu sein. Wirklich alles. Und all unsere Freunde sind auch gekommen. Um gemeinsam mit uns zu spielen. Okay. Ich nehme alles zurück. Ich höre auf beleidigt zu sein. Ich möchte mit euch spielen. Und ich verzeihe natürlich Mario, dass er mich in Anführungszeichen gezwungen hat mitzuspielen. Er hat es am Ende ja nur gut gemeint. Hey Peach. Alles gut? Wo sind Mario und Yoshi? Hier geht es gut. Mario und Yoshi sind gerade auf Toilette. Und bei dir, Bowser, alles gut? Beim nächsten Mal spielst du mit, was? Hä? Schau dir das mal an. Äh. Was. Was ist passiert, hä? Ja, da oben. Die Sterne stehen gut. Für ein neues Spiel. Wenn ihr eine weitere Geschichte sehen möchtet, das Versteckspiel, dann tippt da drauf. Bleibt katztastisch. guckst. Wu Andi. W героist. ây Warmi. W